Bibi, du musst für mich mit Wendy reden. Jetzt gleich! Die ganze Zeit sollten meine Freundinnen gutes Wort für mich einlegen. Jetzt weiß ich, dass ich ihre Freundin darum bitten muss. Sag ich, ich liebe sie. Stan, warum zeigst du ihr nicht, dass du sie liebst? Wenn du Wendy wirklich wiederhaben willst, versuch's mal mit einer romantischen Geste. Okay. Welche romantische Geste meinst du? Wenn du wirklich eine Chance haben willst, stell dich unter ihr Fenster, halte eine Boombox über den Kopf und spiel ein Lied von Peter Gabriel. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020